Hier haben wir ein kleines Baby, das zu mir geschickt wurde, von einem Arzt. Und es hatte Reflux. Also es erbrach die ganze Zeit. Auch hatte es Probleme, seinen Kopf zu einer Seite zu drehen. So brachte die Mutter mir das Baby und es war ihr erstes Baby. Und sie fühlte sich schuldig, weil sie dachte, alles war ihre Schuld. Dass sie nicht genügend Milch hatte. Oder eben nicht genügend Nährstoffe in der Milch selbst. So habe ich das Baby angeschaut. So habe ich die Mutter gebeten, den Babyanzug zu öffnen. Der Vater war auch dabei. Er war sehr groß. Und die Mutter war eine Philippine, eine ganz kleine. Das Baby war sehr klein geboren, aber hat sehr schnelle Wachstumsphasen gehabt. So habe ich sie gebeten, den Anzug zu öffnen. Und wie sie die Knöpfe öffnete, die sprangen voneinander wie frische Kirschen vom Baum. Und die kleinen Beinchen konnten gerade wieder durchstrecken. Und so habe ich der Mutter gesagt, dass dieser Anzug viel zu klein ist. Dass es viel zu schnell gewachsen ist. Und die Mutter sagte, ja, aber das Baby mag diesen Anzug. Ich weiß es, es strampelt immer, jedes Mal, wenn ich den Anzug anziehe. Und sie hat nicht realisiert, dass das Baby es eigentlich wegstrampeln wollte. Ich sagte dem Vater, dass es der Anzug ist, der Probleme schafft. So nahm er eine Schere und schnitt einfach die Füßchen unten ab. Und die Füße schossen unten durch. Und dann konnte sie auch das Baby an die Brust legen. Es hat getrunken und es blieb da. Es musste nicht mehr erbrechen. Und wegen dem engen Anzug haben die Beinchen den Mageninhalt immer nach oben gestoßen. Währenddem es wieder gefüttert wurde, konnte es es nicht behalten und auch nicht verdauern. Und so kam es immer wieder hoch. Jetzt kann es sich wieder durchstrecken. Auch so kann es wieder besser verdauern. Sie können sehen, dass bei diesem Anzug die Druckknöpfe sehr eng zusammengezogen sind. Beim letzten Knopf, gerade unter dem Hals, hat es den Nacken vom Baby irritiert, an der Seite. Er sitzt immer an der Seite. Und deswegen konnte sich das Baby sehr gut an einer Seite nähren, an der Brust. Aber wollte den Kopf nicht zur anderen Seite drehen. Wieder dachte die Mutter, sie habe nicht genügend Milch in einer Brust. Ich habe eine leichte Technik gemacht, um den Nacken wieder zu befreien. Und etwas hat sich geändert. Und nur um Ihnen zu zeigen, wie das geht. Drehen Sie mal den Kopf nach links, bitte. Und das ist nicht sehr gute Nackendrehung. Und nach rechts, bitte. Sie kann nicht sehr weit sehen. Die selbe Irritation wie beim Baby kann auch durch andere Sachen ausgelöst werden. Ich möchte Ihnen zeigen, wie schnell diese Technik etwas verändern kann. Indem wir ganz spezifisch einen Muskel isolieren und somit lösen. Und wir geben immer ein bisschen eine Wartezeit, damit der Körper diese Information aufnehmen kann. Drehen Sie den Kopf nach links, soweit es geht, bitte. Ah, Sie können mich jetzt sehen. Besser? Ja, besser. Und wenn ich Sie die anderen Seite drehen, ist es immer noch eingeschränkt. Also jetzt löse ich auch diese Seite des Muskels und dann werde ich erklären, was diese Einschränkung auslösen könnte, damit Sie wieder beide Seiten eines Arguments sehen können. Turn to the left as far as you can now, please. Nach links drehen, soweit es geht. And the right as far as you can now, please. Und nach rechts drehen, soweit es geht. You see this man over here easy now? Jetzt sehen Sie auch den Herrn da drüben in der Ecke. Da sehen wir, wie wenig eingeschränkt sie zuvor war. Aber wenn sich da wieder was auf den Muskelansatz reibt, oder die Brille, die hinter den Ohren aufsitzt, schauen Sie, was jetzt passieren kann. Nach links, soweit es geht. Und nach rechts. Ist wieder schwieriger. Ist nicht mehr dasselbe wie zuvor. Ich bringe es wieder dahin, wo es zuvor war. To the right as far as you can now, please. Nach rechts, soweit es geht, bitte. Das ist ja. Einfacher? Wieder leichter? Das ist gut. Do you wish it left that way? Wollen Sie es so behalten? Ja? Okay. Thank you. Thank you. The simple things that could have created this Die kleinen Sachen, die dies verursachen können, ist eine Irritation an der Nackenbasis. Oder hinter dem Ohr. Nur gerade von der Brille, die hinten ansitzt. Diese Brillen gehen manchmal sehr viel runter und reiten so den Muskelansatz. Wenn wir diese Brille anschauen, sitzen die beiden nicht gleich. Also, drehen Sie den Nacken nach links, bitte. Yikes. Und nach rechts. Zur anderen Seite. Ist sogar besser an dieser Seite. So, I'm going to just do something for him. Jetzt mache ich wieder was, um das zu lösen. See, Hans. Turn to the left, as far as you can now, please. Nach links drehen, soweit es geht, bitte. Ja, es geht auch weiter. Ja. Wenn Sie sehen, wie die Brille sitzt, eine Seite ist mehr nach innen gedreht und drückt so am Muskelansatz an. Ziehen Sie die Brille mal an. Und dieser Punkt hier sitzt genau am Punkt an des Muskelansatzes. Now turn your head to the left, as far as you can. Drehen Sie den Nacken nach links, bitte. Ach. Ist wieder weniger. Es ist wieder weniger. Ich sehe es von hier. Okay, thank you. Thank you. Your glasses are causing your neck problem. Die Brille verursacht die Nackeneinschränkung. Ach so. And that could be helped. Ja. Thank you. Thank you. Okay, so going on to the next one. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Is where babies get numb in their feet and legs and they start to get collapsed. Wenn Babys Gefühllosigkeit in den Beinen haben und sie sich nicht auf ihren Beinchen halten können. In meinem Land lieben alle Mütter diese wasserdichten neuen Pampers. Und im Marketing sagen sie ja, sie halten sehr viel mehr Flüssigkeit. Und sie halten doppelt so viel Flüssigkeit als die anderen vorherig guten Nappys. Das Gewicht der Flüssigkeit ist dann so groß, dass der Gummizug in die Beinchen einschneidet und somit Gefühllosigkeit verursacht. Der Vater kommt von der Arbeit nach Hause, spielt mit dem Baby auf den Knie, macht schöne Bewegungen, das Baby mit den Pampers, die voll sind, das Gewicht, das nach unten zieht, das Gewicht schneidet in die Beinchen und so mögen die Beine nicht halten. Für einige Stunden im Tag sollten die Babys andere Windeln tragen können, die nicht einschneiden.